Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Weltlorsche Zockkanal, zweiten Folge F2123. Ja, wir sind hier auf jeden Fall in Imola und ihr seht es ja, Qualifying soll regnerisch werden. Müssen wir mal schauen, wie wir da klarkommen werden. Na hier auf jeden Fall, regnerisch ist Qualifying, wobei vielleicht erst am Ende, da könnten wir sogar schon draußen sein. Denn wir haben zwar Updates bekommen, aber ihr seht es auch hier nochmal in der Übersicht, wir sind nach wie vor das schlechteste Auto. Denn es haben tatsächlich sehr, sehr viele Teams Updates bekommen. Hier zum Grand Prix in Imola oder schon teilweise auch davor halt. Also wir sind momentan klar das schlechteste Team, wir haben da ein bisschen Rückstand. Ist halt so, ne. Umso cooler war natürlich dieses Ergebnis in Australien, da war eben der Rückstand doch eh nicht groß eigentlich. Umso geiler war aber auf jeden Fall auch dieses Ergebnis in Australien. Wir haben natürlich auch noch ein paar andere Entwicklungen im Gange, so dass man dann möglichst zum, ähm, Dinge zum, äh, Catalonia Grand Prix da ein bisschen anschließen kann an den Alfa, an den McLaren und an den Haas. Vielleicht auch an den Williams. Also da sind wir auf jeden Fall am Nacharbeiten, ne, dass wir da möglichst rankommen. Und danach gibt es ja diesen großen Gap Richtung, ähm, ja, Aston Martin, Ferrari, Mercedes, Red Bull, ne. Da gibt es dann schon einen sehr, sehr großen Gap zwischen den ersten vier und den restlichen sechs, ähm, Fahrzeugen. Wir gucken mal kurz in Sachen, na, in Sachen Abnutzung. Es geht noch, aber ich, ah, ist halt schwierig. 62% ist so eine schwierige, ist so eine schwierige Nummer, 62%. Lebensdauer 96 Runden noch. Sollte eigentlich noch klappen wie das nächste Rennen, ne. Könnte aber zu Problemen führen, muss man schon sagen, ne, weil die schon ein bisschen abgenutzt sind, die Komponenten. Ich denke, dass wir noch ein weiteres Rennen damit klarkommen werden. Ah, Qualifying plus Rennen, das sollte eigentlich noch gehen, oder? Ah, doch, das wird hoffentlich noch klappen. Hätten wir jetzt noch einen Sprint dazwischen, hätte ich gesagt, nee, das wird nichts. Aber ich denke, so sollte das insgesamt noch klappen. Sorry, wollt ihr nicht raus. Wir gehen nämlich jetzt rein ins Qualifying, gucken mal, wie es wird. Danach im Rennen, ne, in Imola, wir schauen mal, was hier geht und let's go rein ins Quali. Wir gehen jetzt in unsere erste Runde und wir schauen mal, was wir hier abliefern können. Es wird schwierig, Q1 zu überstehen. Aber eigentlich geht's im Quali meistens sogar noch, ne. Da sind wir eigentlich gar nicht mal so schlecht unterwegs bisher. Halbe Sekunde auf Hülkenberg, äh, auf Magnussen ist es, sorry. Das ist schon ordentlich. Und das im ersten Sektor. Gucken gleich mal im zweiten. Jetzt die Zeit gegen Tsunoda. War sehr hart, aber der zweite Sektor war schon gut, ne. Nur noch ein, äh, Zehntel hinter Tsunoda oder eineinhalb. Da waren wir vorher weiter weg. Da ging die Zeit ja sogar noch gegen Magnussen, der eine schlechtere Zeit hat als Tsunoda. So, wir gucken mal. Am Ende ist es eine 1. 19, 2 gewesen. Und damit sind wir sogar auf P14. Fürs erste, okay. Die Zeit, die wir hingelegt haben, Leute, hat gerade so gereicht, ne. Für Platz 15. Die Zeit, die wir hingelegt haben, hat tatsächlich gereicht für Platz 15. Wir waren knapp schneller als Tsunoda. Etwas schneller als hier der Alpin, was mich dann doch sehr überrascht. Wir haben übrigens die gleichzeit wie Hülkenberg gefahren. Das heißt, wir sind in Q2. Gehen da rein, ne. Und gucken mal, was geht. Wobei hier wahrscheinlich, ja. Wobei, vielleicht können wir Okon schlagen. Anscheinend geht hier der Alpin nicht, ne. Aber Hülkenberg, Okon, das sind wahrscheinlich so unsere zwei Gegner, die wir ja anvisieren müssen. Ganz früh hier in Q2 sind wir schon unsere Runde jetzt gleich am Fahren. Das liegt einfach daran, dass es angefangen hat zu regnen. Also das heißt, wir müssen jetzt auch einfach liefern, ne. Es gibt da noch ein paar, die in der Box sind. Wobei, das sind vielleicht sogar die Ausgeschiedenen. Aber gut, wir müssen gucken, was für eine Zeit wir hinlegen. Und diese Runde muss eigentlich direkt sitzen, ne. Weil die Bedingungen auf der Strecke werden schlechter und schlechter. Wir gucken mal. Leider ist natürlich auch die Konkurrenz draußen logisch, ne. Wäre auch nicht ganz doof. Der Stubman 1,179. Da wäre ich natürlich über eine Sekunde langsamer. Aber das ist auch nicht derjenige, mit dem wir uns messen sollten. Das wäre dann ein bisschen viel verlangt mit dem Alfa Tauri. So, wir gucken gleich mal zweiter Sektor gegenüber so. Ach, die Schikane hier gerade so noch bekommen. Schön. Das ging dann doch ganz gut, ne. Ich dachte erst, ich bin zu spät auf der Bremse. So, wir gucken mal, ob wir vielleicht sogar noch eine zweite Runde fahren. Knapp hinter Alvin und Sue. Wir fahren mal eine zweite Runde. Wir gucken einfach mal, ob das noch klappt hier. Sich zu verbessern. Boah, die Bedingungen werden auch immer schlechter und schlechter werden. Ich bin jetzt zwei Zehnte langsamer als eben. Nicht optimal. Boah, okay, gewinne ich gerade ein bisschen Zeit. Hätte ich etwas früher vielleicht noch aufs Gas gehen müssen. Etwas mehr Risiko, um da Zeit zu gewinnen. Das sind diese zwei Zehnte, ne. Die werden leider langsamer sind als unsere eigene Runde. Irgendwo muss ich dann gleich mehr Risiko gehen und versuchen, da was rauszuholen. Na, jetzt sind wir deutlich langsamer. Okay, das wird dann wohl doch nichts mehr. Ah, gut. Ne, das wird nichts mehr. Die Bedingungen sind nicht mehr gut genug. Wir sind auch von der Speed nicht stark genug. Da werden wir die vor uns nicht mehr schlagen. Und dann werden wir mal gucken. Vielleicht vom P12 aus starten. Je nachdem, wer jetzt noch eine Runde fährt. Ob die sich echt noch verbessern können oder nicht. Wir hoffen mal nicht und gucken dann mal in der Startaufstellung gleich, wo wir dann starten. Wir sind hier beim Grand Prix in Imola und gucken uns mal die Startaufstellung an. Max Verstappen auf der 1, gefolgt von Louis Hamilton, der nur 77.000 still dahinter war. Also wirklich eine richtig knappe Angelegenheit, ne. Ein bisschen umgedrehte Startaufstellung hier vom Ungarn Grand Prix. Dann Perez und Russell, gefolgt von Sainz und Norris. Das ist unglaublich, was Norris macht mit dem McLaren, ne. Alonso Ocon, Piastri auf 9. Also der McLaren geht ja anscheinend gut. Dann Hülkenberg, Alvin, Su. Auf 13 wir vor Leclerc, als auch vor Bottas, ne. Gefolgt dann von Gasly, Zunoda, Magnussen, Stroll und Sargent. Wir sind natürlich vor und dann Leclerc gelandet aufgrund der Wetterbedingungen, ne. Da hatten wir einfach ein bisschen eher das Glück, dass er dann zu spät rausgefahren war. Wir werden auf jeden Fall Soft-Medium fahren. Vielleicht nehmen wir sogar, wir nehmen mal echt sogar früheren Stop noch, weil wir denke ich dadurch einen guten Vorteil haben sollten mit den Mediums, wenn wir wirklich nochmal ein, zwei Runden als die anderen reinkommen. Wir schauen mal, wie das Rennen wird, ne. Wird vielleicht wieder vom Start ein bisschen abhängen, aber man darf jetzt nicht erwarten, irgendwie regelmäßig Punkte zu holen. Das wäre ein bisschen too much mit dem AlphaTauri hier. Einfach weitere vernünftig fahrende und möglichst gute Ergebnisse einfahren. Und gut, würde ich sagen, ist mit dem AlphaTauri nach wie vor irgendwo, wo ich jetzt aktuell bin. So Platz 13, 14, 15, das ist komplett okay, ne. Die Startphase beginnt jetzt. Wir gucken mal, wie wir starten können. Wir sollten auf jeden Fall versuchen, an Su vorbeizukommen, weil er startet mit den Mediums. Boah, wir versuchen auch gleich rüberzuziehen. Ja, das sollte klappen gegen Su. Oh, oh. Nein, 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 nein. Seid ihr bewusst, dass wir ab sofort einen Leistungsverlust bemerken werden. Okay. Da gab es eine Berührung und für uns ist das Rennen mehr oder weniger schon fast vorbei. Oh, bitter. Das ist bitter. Dann müssen wir gleich in die Box gehen und dann ist das Rennen hier vielleicht schon von Runde 1 hier vorbei. Das werden wir uns nachher mal, nach dem Rennen nochmal angucken, wie das genau zustande gekommen ist. So, vor uns musste leider keiner in die Box. Das heißt, also wir sind auch noch die einzigen, die da rein mussten. Nicht verarschen. Ja, alles gut. Ich dachte gerade, wir waren noch zu schnell. Puh. Ja, auf jeden Fall müssen wir dann als einziger da in die Box, ne. Wie wir schaden Auto repariert, aber das sollte jetzt schon klappen, ne. Sehr gut. Wir nehmen die harten Reifen, werden dann einfach gucken, wie lange wir fahren können, aber... Ich weiß gar nicht, ob ich euch so viele Highlights da noch zeigen kann, weil es natürlich ärgerlich ist, wenn sowas ganz am Anfang passiert. Gucken wir einfach mal, ne. Fahren wir einfach mal ein paar Runden und schauen dann mal, ob es irgendwann vielleicht sogar Sinn macht zu sagen, jo, wir sparen lieber Komponenten, ne. Aber wir fahren erstmal ein bisschen. Ja, Leute, inzwischen war auch jeder schon in der Box, muss man sagen, ne. Und trotz allem haben wir so einen riesen Abstand, ne, von über 20 Sekunden. Also an den Rand fannest du überhaupt nicht mehr dran zu denken. Und ich glaube auch, dass der Motor vielleicht bald mal irgendwann schlapp macht. Denn, ah, okay, ist wieder auf Standard. Interessant. Auf jeden Fall war unsere Motoreinstellung teilweise mal kurz auf mager. Also ist da automatisch rumgesprungen. Das wollte ich euch eigentlich gerade zeigen, aber ist wieder normal. Liegt wahrscheinlich einfach an der Abnutzung, ne. 69% beim Motor, die MGU-H und Co. ist auch ganz schön abgenutzt, also... Ach. Wir fahren auf jeden Fall unser Rennen, ne. Wir fahren auf jeden Fall unser Rennen. Irgendwo, irgendwo, und keine Ahnung. Irgendwo ist gelb. Irgendwo ist gelb, Leute. Das wäre jetzt meine Hoffnung, dass hier irgendwie ein Safety Car kommt. Boah, das wäre gut. Alexander Albin ist ausgeschieden. Bitte einen Safety Car, komm schon. Komm schon, das ist unsere einzige Hoffnung. Das ist die einzige Hoffnung, dass er einen Safety Car verursacht. Sieht aber momentan eher nicht danach aus, ne. Sieht momentan leider nicht danach aus. Das wäre unsere einzige Hoffnung gewesen, Leute. Ich ziehe das Ding hier jetzt durch. Ich fahre noch die restlichen Runden mit meinem langsamen Alfa Tauri hier. Der auch schon ziemlich abgenutzte Komponenten hat. Und auch die Reifen natürlich nicht allzu gut. Aber was willst du machen, ne? Ich ziehe es durch, auch wenn jetzt selbst der Albin-Ausfall leider kein Safety Car nach sich zieht. Schade. Wir befinden uns gerade in der vorletzten Runde. Aber hinter mir ist Max Verstappen. Das heißt, er wird mich gleich überrunden. Und das heißt, wir sind dann doch schon in unserer letzten. Das lasse ich mich jetzt nochmal überrunden. Das macht dann mehr Sinn, kurz mal langsamer zu machen. Hoppala. Sodass wir dann auch gleich das Rennen beendet haben. Ja gut, Regen wird keine Rolle mehr spielen. Ist dann eher ein Ernüchterner der Grand Prix gewesen. So ein richtiger Downer nach diesem geilen Erfolg in Australien. Aber gehört halt auch dazu, ne? Höhen und Tiefen gehören dazu. Am Ende des Tages sind wir 19. Haben eine Pulitzer noch gewonnen, weil wir durchgefahren sind. Gegenüber einem DNF. Und Crash mal Verstappen. Einfach ohne Grund ihn wegcrashen. Gucken auch, wer Fahrer des Tages ist. Und gucken gleich nochmal auf die Startsequenz, ne? In der Wiederholung. So Leute, wir gucken uns jetzt nochmal diesen Umfall an. Gehen wir rein da. Schauen uns das erstmal hier aus dieser Fernsehperspektive an, ne? Da fahren wir halt, ne? Haben eigentlich nur einen guten Start. Und da gab es schon die Berührung. Wenn ihr es gesehen habt. Mit dem Williams müsste es sein. Ja. Gut, man sieht jetzt hier nicht so viel. Dann müssen wir nochmal in unsere Cockpit-Perspektive gehen. Hier haben wir den Start. Wir kommen gut weg. Ziehen davon. Und dann, oh, werden wir berührt oder ziehen wir rüber, ist halt die Frage. Naja, ich mache leider die Bewegung so ein bisschen. Zumindest kurzzeitig, ne? Also jetzt auch nicht permanent. Aber hier ist diese kurze Bewegung, die wahrscheinlich dazu geführt hat. Jetzt ist der Wagen eigentlich wieder relativ gerade. Und dann ist er auch schon zu spät, ne? Dann ist er auch schon zu spät. Wir gucken uns das Ganze mal aus der Sicht von Albin müsste es gewesen sein an. Genau. Albin war da nämlich auch so im Sandwich. Wir gucken uns das Ganze mal aus seiner Sicht an. Also hier war der Start. Komm, wir gehen mal bis zum Startpunkt zurück. Gucken uns das jetzt mal aus Albins Sicht an. Er hat einen Start. Der Start ist gar nicht mal schlecht. Kommt sogar besser weg als der McLaren. Muss da ein bisschen abbremsen. Und dann kann er gar nichts machen. Ist hier voll im Sandwich, ne? Ist hier voll im Sandwich gefangen. Hat wirklich Glück, dass ihm nichts passiert, ne? Also er hat hier, wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen. Ja, da komme ich. Dann kommt da noch der Alpha, ne? Also der hat wirklich Glück, der Albin. Dass ihm da nichts passiert ist. Hier ich. Dann kommt schon der Alpha. Und da hat er wirklich Glück. Wobei man auch sagen muss, hier habe ich mir durch den Frontflügel auch noch nicht kaputt gemacht, ne? Tatsächlich nicht. Also auch für den Alpha ein glückliches Ding, ne? Hier viel Su. Wir gucken das nochmal aus seiner Perspektive an. Seinen Start noch. Das können wir ja ein bisschen machen. So viele Highlights gab es ja jetzt eh nicht. Und gehen wir rein da. Gucken wir nochmal aus Su's Perspektive das Ganze an. Su fährt hier. Hat daneben sich Albin, der da ein bisschen die Tür zumacht. Schlüpft dann aber durch. Und dann gibt es hier schon fast den Kontakt. Hat da ja auch Probleme gehabt, aber kriegt den Wagen abgefangen. Das, was ich eben nicht geschafft hatte. Und so endete dann mehr oder weniger unser Rennen, ne? Ein bisschen Eigenverschulden, muss man ganz klar sagen. Weil man in diesem Moment nach rechts gezogen war. Aber dadurch war es einfach dann vorherbestimmt, dass wir mit Albin da kollidieren müssen. Der hat da überhaupt gar keine Schuld, ne? Wir gucken auf jeden Fall auch hier das Ergebnis an, ne? Verstappen vor Russell. Also Red Bull Doppelsieg. Stimmt gar nicht, sorry. Red Bull vor Mercedes. Dann Paris Sainz. Hamilton von 2 auf 5. Alonso und Leclerc ist bis auf 7 vorgefahren. Stark. Von 14. Norris auf 8 runtergefallen. Ocon 9. Gasly von 16 auf 10. Das finde ich fast noch beeindruckender als der Ferrari, weil der Ferrari ja wirklich einen Monsterwagen hat, ne? Piastri ist rausgefallen aus den Punkten. Bottas. Dann Hülkenberg. Zunoda auf 14. Solides Ergebnis, ne? Dann Magnussen. Su. Straw. Sargent. Wir haben am Ende dann eben 19. geworden. In der Rangliste bedeutet das nach wie vor, dass wir auf Platz 11 sind. Das ist eine super Platzierung für uns, ne? Diese 6 Punkte in Australien können uns eventuell über die ganze Saison tragen, ne? Also ich denke, ich gehe stark davon aus, dass ein Gasly irgendwann mehr Punkte holt, muss ich ganz ehrlich sagen. Der wird uns noch überholen. Aber am Ende irgendwie so 12. Werden wäre schon sehr, sehr nice. In der Konstrukteurswertung wäre es auch nice, wenn wir 7. am Ende wären, ne? Das wäre schon ein großer Erfolg, ne? Ich glaube, die McLaren, die werden nicht zu schlangsam, weil Norris einfach maximal overpowered ist, ne? Der ist ja ein super Fahrer und so, aber der ist schon echt overpowered. Und ey, wir gewinnen sogar ein bisschen an Anerkennung. Und weil wir durchgefahren haben, ne? Weil wir durchgefahren sind, meine ich. Es hat sich gelohnt, immer ein bisschen Anerkennung bekommen. DNF, dann wird dir ja immer was abgezogen. Also da immerhin noch so ein kleines Level ab. Und ein paar Teile kamen an. Sehr schön. Wir hatten Nachrichten. Neue Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Raum. Also bleibt mal ruhig. Auf jeden Fall haben wir da auch Motorprobleme gehabt. Wir hatten zeitweise nämlich kurz mal so, dass der Motor auf Mager gesprungen war. Wegen der Abnutzung natürlich auch. Wir gucken mal, wie es mit den anderen Updates angeht. Zündanlage kommt auch rein. Und Marketingabteilung. Die Regenjacke hat sich besser verkauft als erwartet. Wir haben gut Profit gemacht und die Fans mögen sie. Sehr nice. Sehr, sehr schön. Dann war das doch eine richtige Entscheidung. Und die Strapazierfähigkeit Neuerung, die sind leider nicht durchgegangen. Muss man dann halt nochmal neu machen. Was kostet es? 300 Punkte, das geht ja. Hier sind es auch 325. Das ging ja auch nochmal. Dadurch haben wir jetzt natürlich ein bisschen was an Ressourcepunkten verloren. Aber das ist okay. Ja, auch hier hat man einige Sachen freigeschaltet. Aber gut, wie stark wir dann sind, das sehen wir dann ja eh erst beim nächsten Rennen. Wo wir uns dann auch zur nächsten Folge sehen. In Katalonia. Euer Belosche. Meldet sich auf jeden Fall fürs Erste ab. Und bye, bye.